hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu grounded ich stehe jetzt immer noch hier am teich und wollte ja noch weiter ein bisschen mit euch tauchen ja mir wurde ja auch gesagt dass ich auch einen anderen sperr machen könnte wartet mal ich will mal sowieso gucken was was es überhaupt jetzt für spiere gibt außer diesen dreizack den habe ich ja auch aber das leider in meiner burg dort liegt da gut so dann schaue ich mal was gibt es eigentlich noch für spiere ja genau den knochen dreizack den dürfte ich zu hause haben ja gut ist jetzt nichts zu ändern ich habe jetzt hier meinen mein assi sperr ne mein anfangssperr aber ich glaube damit geht es auch so dann wurde ich auch ein bisschen belächelt dass ich jetzt hier nur am rand tauche ja das ist aber auch mit absicht weil ich möchte jetzt mal gucken ob ich hier noch so ein paar hüllen finde oder so das tiefer tauchen machen wir noch ja bloß ich war noch nie irgendwie in felsspalten oder sonst irgendwas aber hier ist wieder ein zahn oder so nie hier aber nicht irgendwo irgendwo muss hier noch was sein beziehungsweise ein milch molar geht das wieder weg die anzeige mist ok ich bin bei den mücken das ist keine so tolle idee so muss ich jetzt doch tiefer tauchen also hier am blatt war ja nichts da habe ich ja gestern schon geguckt hier sind zwei ausschläge verdammt wo ist denn der dritte nein jetzt gehe ich wieder ich muss auch alles jetzt mal so ein bisschen im auge behalten ich versuche jetzt hier so einen rundumblick zu machen aber zeigt ihr mir den weg nee wartet mal ich nehme mal hier ein bisschen luft na dankeschön ich sehe es nicht hier muss aber irgendwo was sein hier muss aber irgendwo was sein aber ich finde es nicht verdammt ah die Spinnen nerven mich auch total ab irgendwie ja jetzt sind da auch die mücken alles very 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 blöd ok 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 so ich habe durstig gerade wartet mal ich muss was trinken ich muss was trinken so erstaunlich wie sie das schafft hier unter wasser zu trinken aber gut aber gut so jetzt so da kommt der koi so jetzt hallo mein guter schön dich zu sehen ok so hier muss irgendwas sein verdammt aber wo oh 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 man ja ich weiß ich bin mit den Spinnen nicht gut genug deswegen ähm versuche ich die jetzt natürlich nicht zu töten so so jetzt wird es auch langsam dunkler ne so wo ist hier was was übersehe ich was übersehe ich hier achso ich dachte man kann da rein das sah gerade so aber irgendwie scheint es immer so als würden die mir hier was zeigen wollen aber da ist doch nichts aber da ist doch nichts ihr süßen da ist doch nichts da ist die spinne die blöde kuh hau ab ich will dich nicht oh habe ich das die ganze zeit übersehen ist ja echt der hammer doch 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 wieder 500 punkte wie nice so hier ist aber auch nichts und hier komme ich nicht durch ok hm na spinne komm geh weg also ich sehe hier absolut nichts könnt ihr sagen was ihr wollt ich sehe einfach nichts ich so ich muss nochmal nach oben so ok 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 so wartet ähm gut das gibt es doch nicht dass es hier so viele ausschläge gibt war ich hier schon drin gewesen oh gott wartet mal ne das ist was habe ich denn ich habe schon wieder was gegessen und getrunken ne hier ist ein ameisendingsbums oh alter schwede was ist denn hier los so ich muss wieder ein screenshot machen i'm so sorry aber sonst äh kriege ich hier keine keine schönen Bilder zusammen wenn ich das nicht tue so alter hier ist ja auch so ein ne wie oben an der hecke da ist ja auch so ein ameisendingsenbums oh mein gott ich höre auch irgendwie ähm diese pilzedingsen platzen wisst ihr was ich meine krass krass so komm ich hier durch was ist denn hier rezept totem des grauens ein rezept für etwas absolut grauenhaftes ok war das hier schon immer oder ist es erst seit dem update alter schwede ich habe auch bald keine laterne mehr sehe ich gerade ich muss hier raus wie komme ich jetzt hier wieder raus da gott ich werde immer so panisch ne in höhlen kannst du mal bitte fanny oh mein gott habt ihr das gehört das war irgendwo über mir totem des grauens ich bin waff das ist diese geräusche rundherum ne das ist absolut der burner das ist hier hier war ich schon ne Hier komme ich auch nicht weiter nein Ne, da ist nur so ein Dingsen. So ein Schleimi, Slimey von Das erinnert mich immer so ein bisschen an Ghostbusters. Slimer? Ne, wie hieß denn der? Schleimi? Oh, machst du ein Tänzchen? So, okay, dann tauche ich nochmal auf. So, jetzt bin ich hier am Ende, alles klar. Und es wird dunkel. Das heißt also, ich müsste eigentlich Jetzt habe ich hier wieder eine Base. Die ist so weit hinten da hinten. So weit hinten da hinten, genau. Wobei ich aber theoretisch Wisst ihr was, ich werde mal nach Nein, ich habe da gar nichts an. Wobei Ach, shit. Ich weiß nicht genau, wie ich das mache. Ich, ich, ich... Wow, hast du mich erschrocken. Ähm, ich werde jetzt wieder zur Base gehen. Dann werde ich gucken, dass ich Irgendwie über den Arm komme, damit ich schlafen gehen kann. Und dann gucken wir uns mal das Toten des Grauens an, das Rezept. Ja, wenn man sich doch hier am Teich ein bisschen besser beschäftigt, ne, dann findet man Dinge. Ist ja unfassbar. Coole Sache. Guckt mal, wie schön die Seerosen leuchten, ne. Vielleicht sollte ich doch noch mal zur Burg gehen, dann würde ich noch mal ein paar Laternen herstellen und ich würde auch meinen Dreizack holen. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, ne. Und den Dreizack, den könnte ich ja dann hier am Teich lassen. Weil den brauche ich so ja nicht. Gott, ist hier was los, ne, mit den Kaulquappen. Kleinen, süßen. So, gleich sind wir da. Ich würde mich natürlich auch umziehen, ne, bevor ich zur Burg gehe, definitiv. So, dann schaue ich mal, was habe ich denn jetzt alles. Ich habe Quazit. Genau. Oh, dann habe ich ja, genau, ich habe ja was zu braten. Stimmt ja, so. Genau, Pilze. Ähm. So, dann würde ich das erst mal wieder nehmen wollen. Genauso wie meine Keule. Ich glaube, Pfeile und Bogen brauche ich jetzt erst mal nicht. So, dann ziehe ich schon mal um. Dann lasse ich die Sache nämlich hier wieder. Genauso wie die Laterne. Ähm. So, was habe ich jetzt hier noch drin? Ach, hier ist eine Schleimpilzfackel. Alles klar. So. Okay. Rezept. Ähm. Rezept, Rezept. Totem des Grauens. Wo finde ich das? Finde ich das hier drunter? Ausgestopfte Biene. Okay. Tolles Bild dazu, ne? Einfach nur ein Würfel. Ist es bei euch auch so, dass es hier so ausgeblendet ist und wenn man es dann anklickt, dass es dann erst da steht? Oder ist es irgendwie nur ein Fehler bei mir? Ah, hier haben wir das Totem des Grauens. Ah, okay. Das ist ja übel. Verstörend und grauenhaft. Aber zu welchem Zweck? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Aber ich könnte das, glaube ich, bauen. Hm. Okay, ich kann jetzt schlafen gehen. So, wartet mal. Dann werde ich mal hier die Sachen mal wegklicken, damit auch mal die Ausrufezeichen wegkommen. So, wo sind die denn? Die neuen? Hab gar nichts. Und warum zeigt mir hier so ein Ausrufezeichen, dass ich hier irgendwas neu habe? Hm. Macht mal das hier weg. Okay, gut. Also, das ist irgendwas zum hinstellen, sozusagen. Das Totem des Grauens. Wobei, wartet mal. Das ist doch auch da, wo dieser Ameisentotem ist, ne? Hm. Ich meine, das hat ja vom Bombardierkäfer ein bisschen was. Dann hat das halt auch so ein Larvenrücken, Ameisenkopf, Ruderwanzenarme. Boah, ich weiß nicht. Hat es einer schon von euch aufgestellt? Das würde mich echt mal interessieren. Gut. Ähm. Folgendes. Ich gehe jetzt erst mal schlafen. Nasch mal ein bisschen von dem hier. So, dann würde ich sagen, hole ich mir jetzt gleich diesen Tropfen dort, der gleich von der Trinkpackung runterkommt. Ich habe meinen Speer noch dabei, ne? Der war jetzt auch mega schlau, aber gut. Ist halt so. So, okay. Da ist der Tropfen wunderbar. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, dass ich jetzt, ähm, nochmal zur Burg gehe. Wie gesagt, ich will noch ein paar Lampen herstellen und, äh, meinen Dreizack holen. Vielleicht. Okay. Vielleicht kann ich ihn damit auch so ein bisschen, kann ich ihn auch noch ein bisschen aufwerten. Mit Quarzit oder so. Ah, es kostet mich alles Quarzit, ne? Das ist immer so. Ah, wartet mal. Ich kann ja hier meine Flasche nochmal voll machen. So. Komme ich an den ran? Scheiße. Ne. Gut, ist auch nicht so schlimm. Zu Hause habe ich ja Trinken. Na, Bombi, ich höre dich. Da machst du nix. Ich kann dich hören. Habe ich hier auch einen Zahn vergessen hier bei dem Bombi? Ach, ich muss ja noch die Larven da töten, ne? Wobei, das ist doch jetzt gar kein Problem mit meiner Ausrüstung. Dann sollte ich vielleicht auch nochmal in diese Höhle reingehen. Definitiv. Wo laufe ich eigentlich lang? Das ist ja wieder... Waren hier immer schon so viele Fliegen? Achso, wozu habe ich eigentlich meine Brücke gebaut? Meine Brücke ist jetzt fertig. Das heißt, ich kann jetzt immer schön Stängel von hier holen. Wenn ich denn meine Brücke überhaupt noch finde. Da ist sie. Die ist allerdings aber auch ein bisschen beschädigt, weil die dummen Larven versucht haben, mich hier anzugreifen und die haben dann meine Brücke angegriffen. Ganz, ganz böse. Wow, ist das ein Koloss, oder? Junge, Junge, Junge. Sieht schon echt wuchtig aus, das Teil. Aber gut. So. Okay, ich habe jetzt gerade überlegt. Ähm, Knochen-Dreizack. Wo habe ich dich? Irgendwo muss ich dich ja haben. Glaube ich. Bin mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so sicher, ob ich den überhaupt besitze. Oder fehlt mir da irgendwie Knochen? Das kann natürlich sein. Ich glaube, ich habe den doch nicht. Was? Okay, ich habe den tatsächlich noch nicht. Kann ich den denn jetzt bauen? Ich glaube nicht, oder? Ich werde die Knochen gar nicht haben, glaube ich. Knochen-Dreizack? Nee. Ach, die Wasserspinnbrocken fehlen mir. Ja, natürlich. Natürlich. Verdammt. Wie kriege ich denn die Spinnen getötet unter Wasser? Ich habe gar kein Essen hier. Was ist denn hier los? Jungs? Ich bin so sorry, aber... Ich brauche Essen. Ah. So, die Mücke ist auch da. Die dumme... Ich brauche irgendwie ein bisschen mehr. War doch eigentlich ein leichtes Spiel. Aber nur eigentlich. Gut. Ähm... Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich brauche diese Spinnenfangbeine da. Die Spinnenbeine. Die Wasserspinnenbeine. Wenn ich schon mal was plane, ne? Dann ist es immer nur... Irgendwie nur was Halbes. Hm, 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 hm. Habe ich hier noch irgendwas im Ofen drin? Ja, diese Ziegel hier. Mehr kann ich hier sowieso nicht machen, weil ich habe keine Zutaten. So, genau. Okay. Ist alles nicht so optimal, würde ich sagen. Alles nicht optimal. Aber irgendwie kam ich gegen diese Spinnenunterwasser gar nicht an. Das ist so mein Problem. Die sind mir zu stark. Habe ich kein Rüsselkäferkopf-Dingsbums? Naja, gut, egal. Da packe ich es jetzt hier hin. Ich muss unbedingt meine Kisten sortieren. Aber das habe ich schon seit Ewigkeiten vor, ne? Gut, gut, gut. Okay, meine Lieben, dann war es das jetzt für heute erstmal. Jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich das alles hinkriege. Das ist natürlich bitter. Das ist ganz schön bitter, ganz schön bitter. Hm, na gut. Okay, wie dem auch sei. Ach so, deine Flasche kannst du auch nochmal auffüllen. Dankeschön. So, alle anderen sind ja voll, ne? Ja. Okay, wunderbar. Gut, gut. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Für eure Daumen hoch natürlich auch. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye. Bye, bye.